Hallo zusammen, willkommen zum dritten Video zum Thema Periodensystem der Elemente. Heute schauen wir uns mal die Spalten, also von oben nach unten und die Zeilen von links nach rechts an. Denn auch diese haben eine ganz besondere Bedeutung und was klären wir jetzt in diesem Video. Um dieses Video verstehen zu können, solltet ihr auf jeden Fall die Theorie von Niels Bohr, das Schalenmodell, wirklich verstanden haben. Dazu hier oben nochmal das Video verlinkt. Schaut es euch sonst nochmal gerne an, bevor ihr jetzt das Video weiterschaut. Hier nochmal eine Kurzfassung zu Niels Bohr. Niels Bohr hat gesagt, dass jedes Atom einen winzig kleinen Kern hat. In diesem Kern sitzen die Protonen und die Neutronen. Die Anzahl der Protonen bestimmt, um welches Element es sich handelt. Also jedes Element hat eine ganz bestimmte Anzahl an Protonen im Kern. Die Protonen sind positiv geladen, die Neutronen haben keine Ladung. Der Kern ist super schwer. Der Kern ist zwar sehr, sehr klein, aber er hat 99,9 Prozent des gesamten Gewichts, der gesamten Masse des Atoms sitzt in diesem Atomkern. Um diesen Atomkern drumherum, dort sind die sogenannten Schalen. Diese Schalen sind festgelegte Bahnen. Auf diesen Bahnen befinden sich Elektronen. Diese Elektronen kreisen auf diesen Bahnen umher. Diese Schalen haben auch Bezeichnungen. Die werden KLMN und so weiter bezeichnet. Warum die bei K anfangen und nicht bei A, weiß ich auch nicht. Aber einfach merken. Die fangen bei K an und dann dem Alphabet nach. In die K-Schale passen zwei Elektronen. Danach ist die Schale voll. In die L-Schale passen acht Elektronen. Dann wäre diese voll. In die M-Schale würden 16 Elektronen passen. Das liegt an den Nebengruppen dann noch. Warum das dann später so viel werden. Wir lassen erstmal die Nebengruppen weg. Deswegen vereinfachen wir die Sache erstmal und gehen davon aus, dass in die erste Schale, in die K-Schale, zwei Elektronen reinpassen und in jede weitere, also L, M, O, P und so weiter, acht Elektronen reinpassen. Und diese Schalen anschließend vollgefüllt sind. Wie gesagt, wir lassen jetzt die Nebengruppen weg. Das ist eine Vereinfachung. Aber die hilft uns erstmal, um das ganze System zu verstehen. Immer wenn eine Schale voll besetzt ist und es kommt ein neues Elektron dazu, wird eine neue Schale eröffnet. Die Elektronen, die in der äußersten Schale sitzen, werden entweder Außenelektronen oder Valenzelektronen genannt. Diese sind extrem wichtig, denn diese machen die Eigenschaften und die Reaktionsfähigkeit der verschiedenen Stoffe aus. Das Ziel von jedem Atom ist es, die Edelgaskonfiguration zu erreichen. Das heißt, eine voll besetzte Außenschale zu haben. Dazu kommen wir aber dann nochmal, wenn es um die Edelgase geht. So, das war die Wiederholung zu Niels Bohr und seinem Schalenmodell. Jetzt aber dazu, was ist eigentlich eine Hauptgruppe und anschließend, was ist eine Periode. Ich beginne einmal mit den Gruppen. Die Gruppen sind in einer Spalte stehend. Das bedeutet von oben nach unten Elemente, die untereinander stehen. Wir schauen uns jetzt erstmal nur die Hauptgruppen an. Wie gesagt, es gibt die Hauptgruppen und die Nebengruppen. Wir schauen uns jetzt erstmal nur die Hauptgruppen an. Deswegen habe ich auf diesem Bild hier auch die Nebengruppen ausgeblendet. Wenn wir uns eine Gruppe mal anschauen, in dem Fall die erste Hauptgruppe, haben wir Wasserstoff, Lithium, Natrium, Kalium, Rubidium, Cäsium, Franzium, die untereinander stehen. Das heißt, diese Elemente sind alle in einer Hauptgruppe. In der zweiten Gruppe wäre jetzt Beryllium, Magnesium, Calcium, Strontium, Barium und Radium. Das wäre die nächste Gruppe. Und so geht es immer weiter. Diese Hauptgruppen haben manchmal auch speziellen Namen. So wird die erste Hauptgruppe auch die Alkalimetalle genannt, die zweite Hauptgruppe die Erdalkalimetalle und zum Beispiel die achte Hauptgruppe die Edelgase. Die schauen wir uns mal noch in anderen Videos etwas genauer an. Warum stehen diese Elemente jetzt untereinander? Das Ganze hat einen Sinn. Ich habe euch hier mal die zweite Hauptgruppe, die Erdalkalimetalle, aufgelistet und nebendran, seht ihr, stehen die Schalenmodelle von diesen Elementen. Was fällt uns auf? Sie haben alle, hier nochmal anders farbig markiert, nur zwei Außenelektrone, das heißt zwei Valenzelektrone und zwar alle, die untereinander stehen. Und auch genau das ist der Grund, warum die in einer Gruppe untereinander stehen, weil alle haben die gleiche Anzahl an Außenelektronen. Die Gesamtanzahl an Elektronen, die unterscheidet sich natürlich, aber die Anzahl an Außenelektronen, die ist hier bei jedem gleich. Die Außenelektronen sind super wichtig, denn die Außenelektronen sind der Grund dafür, was für Eigenschaften die Stoffe haben. Das bedeutet, Elemente, die untereinander stehen, also in einer Gruppe sind, die haben auch ähnliche Eigenschaften. Sie haben nicht die gleichen Eigenschaften, sonst wären sie der gleiche Stoff, aber sie haben ähnliche Eigenschaften. Hier oben auf dem I habe ich euch mal die Erdalkalimetalle verlinkt. Dazu habe ich auch ein kleines Video gemacht, wo ihr seht, was für eine Eigenschaft die sich denn wirklich auch teilen. Zur Kontrolle, ob ihr es verstanden habt. Ich habe euch hier mal die sechste Hauptgruppe aufgeführt. Warum stehen jetzt die Elemente in dieser Hauptgruppe untereinander? Nebendran hier wieder das Schalenmodell. Auch hier könnt ihr jetzt hoffentlich sehen, dass alle Elemente, die hier untereinander stehen, sechs Außenelektronen haben. Also bedeutet, die Zahl der Hauptgruppe gibt auch an, wie viele Außenelektronen dieses Element hat. Dann kommen wir zur Periode. Die Periode, das ist ein anderes Wort für die Anzahl der Schalen. Das heißt, Elemente in der ersten Periode haben eine Schale. Das sind in diesem Fall nur Wasserstoff und Helium, denn anschließend ist die Schale voll besetzt. Elemente in der zweiten Periode besitzen zwei Schalen und Elemente in der dritten Periode besitzen drei Schalen und so weiter. Es wird immer erst dann eine neue Periode aufgemacht, wenn die alte Periode voll besetzt ist. Das heißt, wenn wir im Edelgaszustand ankommen und eine voll besetzte Außenschale haben. Als Beispiel hier mal die zweite Periode, Lithium ein Außenelektron, Beryllium zwei, Bohr drei, Kohlenstoff vier, Stickstoff fünf, Sauerstoff sechs, Fluor sieben und Neon acht Außenelektronen. Jetzt ist diese Schale voll. Das heißt, die zweite Periode voll besetzt, die zweite Schale ist komplett voll. Jetzt kommt mit Natrium eine neue Schale, die eröffnet wird. Das heißt, hier sind wir jetzt in der dritten Periode. Und so geht es immer weiter. Je mehr Schalen ein Element hat, umso größer ist natürlich das Element. Kurze Info an die E-Niveauschüler, wir besprechen das aber nochmal genauer im Unterricht. Innerhalb einer Hauptgruppe nimmt die Elementgröße zu. Elemente, die oben stehen, sind kleiner wie Elemente, die unten stehen. Elemente in einer Periode von links nach rechts werden aber kleiner. Das liegt daran, dass ich mehr Außenelektronen habe und wenn ich mehr Elektronen insgesamt habe, habe ich auch mehr Protonen in der Kernmitte. Elektronen und Protonen ziehen sich an. Und damit ist die Anziehungskraft von den Äußeren deutlich stärker. Das heißt, die äußeren Elektronen werden viel stärker in die Mitte angezogen, wie wenn ich nur ein Elektron habe. Da wird die letzte Schale nicht so stark angezogen. Aber wie gesagt, das besprechen wir nochmal genauer im Unterricht. Ist auch nur für das E-Niveau wichtig. So, das war es jetzt schon zum Themenbereich Gruppen und Perioden. Merkt euch folgendes. In einer Gruppe haben alle Elemente, die untereinander stehen, dieselbe Anzahl an Außenelektronen und dadurch auch ähnliche Eigenschaften. Und in einer Periode bleibt die Anzahl der Schalen gleich, aber die Anzahl der Elektronen verändert sich. Ich hoffe, ihr habt das gelernt in diesem Video und es hat euch gefallen. Hier habe ich noch weitere Videos zum Thema Periodensystem und hier ist mein Kanal. Wenn es euch gefallen hat, schaut doch auch gerne noch bei ein paar anderen Videos von mir vorbei. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.